Musik Hey Leute, willkommen bei Bambino TV zu einem weiteren Playmobil Unboxing Video. Wir präsentieren euch heute aus der Playmobil Novelmore Serie den Artikel 70228. Das ist ein Burnham Raider, nämlich mit der Feuerwerkskanone und seinem Feuermeister. Dann drehen wir den Karton einmal um und dann sehen wir, dass wir zum einen natürlich da den Feuermeister haben und die Feuerwerkskanone mit ein bisschen Zubehör. Machen wir den Karton einmal auf und schauen nach, was sich darin so alles befindet. In dem Karton selber befindet sich nur eine Tüte, in der die ganzen Artikel enthalten sind. Wir machen die Tüte einmal auf und dann beginnen wir mit dem Aufbau. Zunächst einmal geht es darum, die Feuerwerkskanone startklar zu machen. Dafür benötigen wir einmal dieses Teil hier und diese kleinen schwarzen Dinger. Die werden von hinten einfach drauf gesteckt. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Das kennt man ja im Grunde schon von Playmobil bei allen Abschießvorrichtungen. Dann kommen die Feuerwerkskanonen. Einfach hier vorne rein. Das Ganze wird dann so geladen. Einfach reinstecken. Dreimal. Wenn man jetzt hier hinten drauf drücken würde, würde man das Ganze abfeuern. Das wollen wir ja noch nicht. Sondern wir wollen ja die Feuerwerkskanone weiter bauen. Und die wird einfach hier drauf befestigt. Und ist dann im Grunde schon soweit einsatzbereit. Das Ganze kann man einmal demonstrieren. Wenn man wollte, könnte man jetzt hier unten drauf drücken. Und dann würde das Feuerwerk losgehen. Nachdem wir die Feuerwerkskanone aufgebaut haben, geht es weiter mit dem Feuermeister. Das ist diese Person hier. Die hat zum einen den witzigen Hut, den man ja einfach aufsetzen kann. Und zum anderen benötigt man diese kleinen Haken hier. Da wird Feuer dran befestigt. Das kann man einfach so reinschieben. Einmal. Das gleiche auch bei dem anderen. Zweimal. Und dann hat der Feuermeister hier hinten diese kleinen Haken. Da wird das Ganze einfach eingehakt. So. Und das Ganze auch noch auf der anderen Seite. Und schon sieht er mit seinem Feuer gleich viel beeindruckender aus. Um das ganze Bild des Feuermeisters jetzt noch zu kompletieren, kann man zum einen hier vorne noch so ein kleines Feuer machen. Zum anderen hat er hier seinen Geldbeutel. Den haben wir vorhin vergessen hier vorne dran zu stecken. Der wird einfach so hier vorne an dem Haken festgemacht. So, ist er fest. Und dann kann er hier natürlich noch die verschiedensten Utensilien schwingen. Wir haben aber auch natürlich noch das Fass, das wir zusammenbauen müssen. Schön beeindruckend hier mit dem Feuer. Und man kann ihm auch noch seine Handschuhe anziehen. Die werden wie üblich bei Playmobil einfach so hier an die Seite wieder festgeklickt. Dazu haben wir hier noch ein paar Dynamitstangen, die er theoretisch entzünden kann. Noch ein bisschen Feuer und seine Waffe. Das war's dann im Grunde schon. So Leute, das war's hier bei BambinoTV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden Kommentar und lesen sie sehr gerne. Und sagt bitte all euren Freunden Bescheid, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.